wir können hier jetzt einmal starten und kann ein bisschen clay abbauen wir haben nämlich eine letzte folge die voll voll folge genau dieses schöne lasch cave gedönsel gefunden und das ist einfach riesig ich habe eben schon gesagt wir finden hier wahrscheinlich nie wieder aus wahrscheinlich wird das darauf hinauslaufen dass wir nicht noch mal rauskommen weil das aber so riesig ist hier und guckt euch das mal an das ist hier jetzt lab ist schon hier gibt es alles mögliche kommen jetzt immer schon wieder eine etage tiefer wo wir eigentlich gar nicht hinwollten aber trotzdem jetzt die kommen wir schon wieder 2000 tiefer hier hoch dabei können auch wunderbar dabei wollten wir gar nicht dahin wir wollten eigentlich nur clay abbauen aber hier ist schon arg dunkel ja hier geht es auch wieder in eine normale höhle über also das muss man schon lassen das ist schon cool generiert so wir haben jetzt gleich keine fackeln mehr das macht aber nix das macht aber nix das ist einfach es geht halt einfach ruckzuck und du kannst aber egal wo du bist wo 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 chill mal dein leben schild mal deine basis du zack 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 so ein skelett irgendwo zack energie nehmen wir äh dings xp nehmen wir mit brauchen wir auch für die elytra nahe zum reparieren ne wunderschön 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 aber eigentlich wollten wir gar nicht in eine höhle rein ne wollten nämlich eigentlich nur hier ein bisschen clay farm das bedeutet für uns wir machen mal hier irgendwo eine mülde boni auf zack 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 oder das normale erde können wir aufweg schmeißen wir haben zwar nicht so viele aber ja wir müssen da irgendwo mal trennen wunderschön dann hier nicht sondern da wunderbar dann hier zack 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 ups das wollte ich nicht egal machen wir zu dann haben wir das auch sammeln hier wieder ein wunderbar gut hier können wir natürlich auch wieder das geht schon gut abbauen und zack 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 wunderbar wunder wunder wunderbar ja ist doch gefällt mir gut doch ja 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 zack 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 alles mitnehmen ich habe mir wahrscheinlich eben unser zeug und ein bisschen kann das sein sogar zumindest aus das sah gerade zumindest aus meter weit diamant auf jeden fall den nehmen wir auf jeden fall auch mit dass ich auch guter block wenn wir irgendwo dekorieren wollen dann haben wir den auch da wunderbar nehmen wir sehr gerne mit zack zack wo sind wir da ist aber nur hier einfach wasser das ist einfach nur wasser und das können wir weg machen so wunderbar platz wir schmeißen denn das da weg so denkt dass dann noch mitnehmen wunderbar also hier noch mal wieder zurück dann die noch mitnehmen wunderbar wir müssen halt erst mal jetzt gucken dass wir diese ganzen sachen wie klasse wir unser zeug holen weil das ist ein bisschen ein bisschen doof wir müssen erstmal nach oben wir haben nämlich jetzt zwei ender chests die blume nehmen wir mit definitiv die nehmen wir mit so müssen nur gucken wo wir hin müssen oh ein krieg das ja dann explodiert doch macht doch explodiert doch hier sieht schon schön aus aber das ist nicht da wo wir herkommen das ist nicht da wo wir herkommen und axolotl den müssen wir mitnehmen eingetütet so hier kam ja auf jeden fall schon einer äh ja dann machen wir daraus dings da eingetütet machen wir zwei axolotl axolotl so wir müssen nur gucken hier ist nämlich einmal unsere lagerkiste einmal hier aber da aber das ist nicht das wo wir unten waren jetzt ist die frage wo kommen wir darunter ich komme wieder wieder zurück ja ich müsste mir noch ein paar einmal kraften aber wir haben kein eisen ärgerlich ne so wie kommen wir darunter wo wir eben waren da perfekt wunderschön jetzt müssen wir nur wieder hoch oder wir gehen wieder zurück hier runter das können wir auch machen wunderbar nehmen mit ja so war das nicht geplant aber was würde ich daran ändern jetzt solange wir nicht die und sterben ist das relativ so wir sind jetzt hier äh und können hier ein bisschen abbauen ein bisschen abbau betreiben können wir hier auch hoch ja hier können wir doch ein guten paar stacks abbauen gute paar stacks können wir abbauen zack 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 so und dann hier auch gerade rüber das kann man gerade so abbauen zack 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 oh noch mehr diamanten wunderbar einmal direkt mitnehmen so zack 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 z wunderwunder wunderschön hängt noch einer dran nehmen wir gerne mit lassen wir nicht liegen hier liegt auch noch irgendwie so da können wir nämlich hier eigentlich mal gucken weil das sind ja auch schöne clay vorkommen die wir haben auf jeden fall das ist sehr schön und das freut mich auch immer wieder diese abzubauen hier haben wir auch mitnehmen so wo waren wir denn gerade da oben doch 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 da oben warte mal wir haben doch die beschläge wir doch gerade zack zack hochbauen ist egal wo wir waren wir können jetzt aber weiter abbauen das ist ja das coole an der laschkäfige nicht einfach zack nehmen und bauen hier ab bis kein clay mehr da ist oder bis unsere schaufel gleich kaputt geht weil wir wieder nicht aufpassen so zack 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 so unser inventar ist jetzt wieder voll das heißt wir können erstmal kurz gucken und wir schmeißen mal ganz kurz raus was wir nicht brauchen und zwar brauchen wir nicht den moos den knochen die drei können wir wegschmeißen die erzalea können wir wegschmeißen das können wir wegschmeißen und dann koppel diepsel wegschmeißen brauchen wir auch nicht so jetzt laufen wir wahrscheinlich genau wieder dahin dass wir da rein laufen hier ist granit ich dachte schon das koppel das koppel blöckchen super wunderschön so den noch mit da rein abbauen wunderbar und einsammeln wir können mal kurz gucken in den statistiken und bei items times meint und zwar müsste clay gut wir haben jetzt wahrscheinlich noch nicht so häufig abgebaut da genau 2008 8 8 ja es geht also ich sag mal ist jetzt für so ein blog den wir noch nicht so viel gefarmt haben und noch nicht so viel gebraucht haben tatsächlich ok super wunderschön ja jetzt können wir mal gucken dass wir mal die mitnehmen und irgendwo da oben hinsetzen ach das war auch doof so hier wollen wir hin zack 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 wunderbar und da geht es hier weiter bis das eisen hier ausgegraben ist aber wir werden es nicht mitnehmen weil wir haben eine eisenfarm und das ist einfach ein blödsinn die dieses eisen jetzt mitzunehmen weil wir brauchen es halt nicht so und dann geht es weiter hier in do the side of life die nehmen wir mit weil das ist schöner kommen wir da nicht hin jetzt muss hier waren wir eben auch mal ja stimmt hier waren wir eben das richtig aber hier haben wir uns entschieden nicht zu bleiben aber doch wir können hier gucken was auch runter dann gehen wir hoch da haben jetzt auch kein fackel mehr ist aber auch egal da sind wir nämlich hier wo die achselotels eben haben so schmeißen dann hier mal nix rein hier auch nix rein weil das ist nichts für hier das ist schon voll die kiste hier doch wir hätten hier noch zwei dorfdinger hier und ja vision clay ist schon da wir brauchen eine ender chest schmeißen mal die äh ach guck mal mehr wie 1k zeigt er gar nicht an cool oder ja also er zeigt halt 1k an und dann halt äh wahrscheinlich 2k als nächstes das ist das so das heißt für uns wir können die nehmen da rein tun und können uns als nächstes dran begeben noch mehr clay zu suchen frage ist wieder nur wo wahrscheinlich indem wir irgendwo hier die müssen wir mit der schere abbauen warte mal das das auch die nicht die auch nicht also wir probieren zwar mit der schere ob wir die abbauen können und zwar haben wir doch unsere wunderbare toolbox kiste und da haben wir eine schere irgendwo drin genau hier können wir die abbauen ja wir können es abbauen cool das ist geil dann nehmen wir es auf jeden fall definitiv mit da ist ein axolotl baby dran so sah es zumindest gerade aus wir gucken mal gerade ob wir noch mehr von diesen pflanzen hier finden weil die wollen wir gerne haben ne aber doch hier warte mal wir können die mitnehmen zack und die können wir so mitnehmen wunderschön wie lange mit der mittlerweile von den übern stack wahrscheinlich ja small trip lief big trip lief's hallo ich befreie dich mal einfach ok dann hätten wir das auf jeden fall schon mal da wir lassen einfach die box die tools box kommt wieder da rein die nehmen wir wieder mit und dann können wir jetzt nämlich hier wieder abbauen gehen zack 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 pff aua das war nicht mein plan ich wollte eigentlich nur hier clay abbauen wunderschön einfach hier so abbauen ja aber eigentlich nicht so eigentlich so eigentlich wollten wir das so machen das schöne ist ja wenn wir so acht mal acht machen würden theoretisch hätten wir ja auch ganz gechillt easy stack weiße übrig ganz gechillt easy stack weiße übrig oh da sind wieder tiefe löcher müssen wieder aufpassen wunderbar super super schön das wieder trip lief's die können wir dann gleich wieder mit der schere mitnehmen so und hier das oh 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 das ist wieder also tief muss mal gucken wie viel man da unten abbaut weil das ist gefährlich aber es geht das geht wir sammeln noch hier kurz die sachen ein die drei vier fünf stück so oh dann geht das hier so ich dachte schon das wären irgendwelche komischen wasserblöcke Hilfe ich habe gerade schon kurz gedacht hier es gibt neue blöcke von denen ich nichts weiß aber so lässt sich das ja auch immer hinverarbeiten zack zack die noch so und dann hier kommen wir noch da dran und da dran ach schon wieder dieses text voll ja das sind halt mengen an oh lass mich da hier rein dankeschön mengen an zeichern clay zack 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 so Jetzt die Frage, wo können wir der als nächstes hin gleich abbauen? Wieso fehlt der Mars? Hallo. Ach, das ist hier diese... Wo wir von hier oben das Wasser hatten, ne? Genau, wo wir wieder hochkommen, zurück. Der hat jetzt schon einfach sein Leben da, das finde ich auch nicht schlecht. Kann der auch sehr gerne da tun. Aber die Frage ist trotzdem, wo bauen wir jetzt den nächsten Clay ab? Gute Frage, nächste Frage. Hier. Gibt's sogar mal nicht Diebstätkohle, dass man das nochmal erleben kann. Ein eigentlich so seltenes Erz, was dann doch irgendwann so viel da ist, was dann doch nicht mehr selten ist. Zumindest in dieser einen Welt hier. Zumindest in dieser einen Welt hier. So. Da hat mir das auch schon abgesteckt, abgefrühstückt. Diesen paar Dinge sind hier... Was geht denn hier ab? Hier gibt's noch einen Minenschacht. Nicht schlecht. Äh, ja. Das ist schön. Ich hätte gerne die Schere hier unten in der Leiste. Danke, dass wir hier diese hier... ...so abbauen können. Zack, zack. Und dass ich die mitnehmen kann. Weil die sind cool. Die Small Trip Leaves. Machen die irgendwas? Oder das ist einfach nur Deko? Die ist einfach nur Deko. Aber so kann man nämlich ein Gewässer irgendwie dekorieren. Und ich finde halt cool, wenn die halt so hochgewachsen sind. Das macht schon... Macht schon Laune. Nein, das war der falsche... Das falsche Dinge, der hat. Den noch abbauen, den noch abbauen. Genau. Da haben wir doch auch schon bestimmt 16 von denen. Nee, 12 erst. Okay. Erst 12. Erst 12. Ein Tommy ist das. Ein Skelett. Ich wollte schon gerade sagen, was... Was leuchtet denn da so komisch? Ich wollte schon sagen, da leuchtet irgendwas ganz komisch. Das kann es auch schon nicht sein. Interessantes Höhlensystem. Aber wir gehen wieder zurück. Wo wir herkamen. Weil das ist sonst viel zu viel hier. Oder gehen wir hier lang? Ja, das sieht schon cool aus, ne? Wo sind wir da eigentlich... Wo sind wir da eigentlich... Wo sind wir da eigentlich auf der Karte rum unterwegs? Ach hier, guck mal. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind irgendwo hier vorne oder wo sind wir da rein? Ich weiß schon auch nicht mehr. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Fische. Also wir wissen auf jeden Fall, wo wir von denen noch mehr kriegen. Und die nehmen wir direkt da mit. Wunderbar. Ist einfach Fische gestorben. Na ja, gut. Wir haben auf jeden Fall diese Folge sehr, sehr lange, glaube ich, überzogen. Und zwar in einer 20 Minuten Folge, glaube ich, jetzt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob wir dann daraus finden. Aber wir haben hier erstmal sehr viel Clay noch zum Abbau. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.